Und schon wieder zurück bei Tragensang am Fluss der Zeit und ich stehe auf dem Marktplatz rum, weil wir natürlich jetzt gerade noch, wir haben noch drei Sachen offen, nämlich die Armschienen aus Krabben, dann den Kiepenkerl heilen und die Neckerin und da habe ich nochmal den Hinweis gelesen, dass ich mich doch mal hier irgendwo südlich des Marktplatzes hinbegeben solle. Ja, ich glaube es war der andere südlich, das andere südlich des Marktplatzes. Ja, das heißt, wir werden diese Folge wahrscheinlich noch die, noch die zwei, drei Sachen machen und dann geht's auf in Richtung Schloss Nardoret, was dann wiederum bedeutet, dass wir uns dem Ende des Spiels nähern, in Anführungszeichen. Ist das hier hinten? Das ist südlich des Marktplatzes, definitiv. Ja, gut. Hier ist jetzt nix. Wo ist das denn bitte schön? Wollt ihr mich veralbern? Ich habe doch genau gelesen, dass es hier irgendwo sein soll. Also da ist es nicht. Oder? Südlich des, südlich des Marktplatzes. Hier unten ist Süden. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier entlang gehen, dann müsst ihr doch hier unten irgendwo, vielleicht auch da, vielleicht auch in diesem Bereich hier irgendwo. Oder war es doch da oben, oder? Ach ja, wir finden das schon, ne? So groß ist Nardoret nur auch nicht. Das ist jetzt, äh... Das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, und was ich gelesen habe, Solo-Abenteuer zu DSA gibt's ja auch noch jede Menge. Stimmt. Stimmt absolut. Das habe ich komplett verdrängt, beziehungsweise verpeilt in dem Fall, dass es ja noch Solo-Abenteuer gibt für Dra... äh, nicht für Draken, sagen wir für DSA. Sogar in den verschiedenen Stufen des Regelwerkes. Die müsste ich mir eigentlich wirklich mal zu Gemüte führen. Das wäre doch eigentlich die passable... die passable... Nachtlektüre, wenn man sich dann hinlegt, nach einem harten Tag des Aufnehmens. Aber hier ist nirgendwo... Wie veralbern? Wo ist denn hier, bitteschön, eine Neckarin? Ich sehe hier niemanden. Uh. Ähm. Moment, verkaufen die die Neckarin hier gerade? Ähm, verkaufen die die Neckarin hier gerade? Okay, Bruder Emmeran ist hier und ich denke mal, Bruder Emmeran wird natürlich eine ganz besondere Beziehung zu Wesen des Wassers haben. Was hat der gerade gesagt? Neckarin eine... äh, zu unvergleichlichen Erfahrungen verhelfen können. Sei erneut gegrüßt. Vielleicht ist es ja ein Zeichen des Flussvaters, dass du in eben diesem Augenblick hier erscheinst. Nö, das ist zurückzuführen auf die YouTube-Kommentare, die ich bekommen habe. Aber, ja, vielleicht ist das ja der Flussvater. Vielleicht sind die YouTube-Zuschauer ja der Flussvater. Man weiß es nicht. Seit ebenfalls... Was war denn das? Achso, sie ist wieder auf der Jagd nach ihrem Mann. Seid ebenfalls gegrüßt. Was verschlägt euch denn hier mitten in die Stadt? Ich bin gesandt, um einen weiteren Frevel der Menschen zu bezeugen. Warum nur wollen sie nicht lernen? Na, das mögen wir nicht wirklich. Seid nur, was sie dort tun. Sie haben eines der Kinder des Flusses in ihre Gewalt gebracht. Und wollen es nun für glitzerndes Gold verschachern. Mhm. Die arme Neckerin, was wollt ihr tun? Werdet ihr sie befreien? Nein, ich kann nur die Rechtsschaffenden mahnen und die Frevler anklagen. Das ist das Los der Propheten. Das Unrecht der Welt zu bekämpfen, dafür sind Helden da. Deswegen glaube ich, dass dein Auftauchen hier kein Zufall ist. Bitte versuche, sie zu befreien. Ich weiß, du hast es schon einmal geschafft. Sobald sie frei ist, werde ich sie sicher zurück zu ihrem Volk geleiten. Das verspreche ich dir. Na gut, ich werde mal sehen, was ich tun kann. Heißt das, ihr wollt sie kaufen, damit ihr den Pinsel besser schwingen könnt? Bitte was? Ich könnte mir auch was anderes vorstellen, für was ich sie gebrauchen könnte. Hat allerdings nichts mit Hesinde zu tun. Ah, das ist so ekelhaft. Diese ekeligen Leute. Was für wie ein bisschen Gesellen ihr seid. Müsste denn alle schöne so in den Schmutz ziehen? Ach, was soll das denn heißen? Ich lasse sie vielleicht ein bisschen das Haus putzen. Das kann ja wohl nicht so schlimm sein. Ihr redet über eine empfindungsfähige Person, über ein empfindungsfähiges Wesen. Ich meine ja auch nur tagsüber. Skrupelloser Händler. Ach Gott. Ah, interessiert an dieser blauen Schönheit? Ihr könnt sie erwerben. Die Versteigerung beginnt jeden Augenblick. Wir sind hier doch nicht in Al-Anfa. Sklaverei ist gegen das Gesetz. Ich kenne die Gesetze gut genug. Bei dem Ding hier handelt es sich weder um einen Menschen noch um eine Elfe. Und wie ein Zwerg sieht sie ja wohl nicht gerade aus. Ach so, und deswegen darf man dann... Ich möchte ihn töten! Und nur für solche gilt das Verbot. Also verschwindet, bevor ich die Wachen rufe. Es ist nämlich verboten, einen ehrlichen Kaufmann bei seiner Arbeit zu stören. Ein ehrlicher Kaufmann. Aha, aha, ist klar. Ihr kennt den Wortlaust des Gesetzes sehr genau, was? Wisst ihr, dass man die Neckar auch mehr Elfen nennt? Elfen? Versteht ihr? Na gut, das könnte man vielleicht so sehen. Aber das sind doch nur Haarspaltereien. Nur weil man sie so nennt, sind doch diese Neckar keine wirklichen Elfen. Aber sie haben spitze Ohren. Ich kann es ja den Wachen melden und wir sehen, wie das Gericht entscheidet. Hoffen wir, dass ihr danach nicht doch wegen Sklaverei angeklagt werdet. Schon gut, schon gut. Dann lasse ich sie halt wieder laufen, diese Elfe. War nur ein Missverständnis. Das will ich aber auch wohl meinen. Weise Entscheidung, mein Freund. Es ist unfassbar, unfassbar. Ich bin dir so dankbar. Schon zum zweiten Mal hast du mich gerettet. Und ich habe diesmal nichts für dich zu belohnen. Die Frage ist, wie ist sie überhaupt hier hingekommen? Also wie hat sie sich denn fangen lassen? Deswegen sollst du deine Belohnung von mir heilen. Hier, dies ist eine Robe, wie sie von den Dienern Sumus getragen wird. Sie soll nun dir gehören. Der Flussvater ist sehr zufrieden mit dir. Das freut mich über alle Maßen. Indem du dieses Kind des Wassers gerettet hast, wurden auch diese verblendeten Menschen vor erneuten Freveln bewahrt. Allerdings bezweifle ich, dass sie dir diesen Dienst jemals danken werden. Hier, nimm das. Bei den Prüfungen, die dir noch bevorstehen, kannst du es bestimmt gebrauchen. Danke. Ich hoffe, ihr gleitet die Arme jetzt auch sicher nach Hause. Ich weiß nicht, ob ich noch ein drittes Mal zur Stelle sein werde. Sei unbesorgt. Ich werde persönlich über sie warten. Ich wünsche dir eine gute Reise. Möge der Segen des Flussvaters dich begleiten. Eine gute Geodenrobe. Ich bin heute ein bisschen heiser. Das tut mir sehr leid. Da jetzt nur ein Zwerg auf sie aufpasst, hat das Mädel vielleicht eine Chance. Was für eine Saharei das Ganze. Und mich schimpfen sollte ihr ehrenwerten Herren ein Dieb. Wäre es, wenn wir diesem irre geleiteten Händler sein Geld wieder abnehmen. So wie er gerade in seinem schmutzigen Geschäft schwelbt, sollte es ein leichtes sein. Da hätte ich grundsätzlich nichts dagegen. Sein Inventar ist immer noch voll. Da muss ich mal gucken. Ich muss mal ein bisschen... Ich habe noch nichts sortiert. Das ist ganz furchtbar. Eine gute Geodenrobe hier. Robe, Überwurf und Tasche sind aus vorzüglichem Material beschaffen. Halten warm und schützen. Und ist trotzdem der letzte Dreck. Ja, kann man machen. Muss man aber nicht unbedingt. Äh, wo sind meine... Ah, da oben. Oh Gott. Ich habe gerade schon gedacht, was ist jetzt los? Nein. Ja, also vom Bruder Emmeran haben wir bisher nur den letzten Schmonz bekommen, den er uns irgendwie geben konnte. Zwar diesen Geodenstecken, der auch nicht gut war. Und die Geodenrobe, die auch nicht gut ist. Aber immerhin haben wir eine Neckerin befreit. Die Frage, wo ist der denn? Der ist es ja offensichtlich nicht. Er sieht zwar genauso aus, aber er ist es nicht. Aber wenn schon der Hinweis kommt, dass wir ihn... Hinten, reicher Städter, Städterin und die laufen immer noch hier rum. Ähm, ähm, ähm. Der müsste ja dann hier irgendwo rumstehen, oder? Äh. Oh. Hallo? Ist hier zufällig... Oh, guck mal, da ist noch eine Kiste. Die habe ich ja ganz übersehen. Ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Danke. Oh, ja, stimmt. Total vergessen. Inventar ist ja voll. So. Ja, Neckerin befreit. Ich bin sehr stolz auf uns. Und jetzt ist die Frage... Vielleicht treffen wir den guten Mann ja nochmal, diesen Händler. Hm. Was ist da hinten los? Ach, da ist der skrupellose Händler. Ach so, ja, ja. Ja, pass auf. Wenn wir doch schon mal hier sind. Ich glaube, die Leibwachen können wir auch noch bestehlen, oder? Aber sicher. Dankeschön. Ich sollte mal Fechsens Gunst und den Glückssägen dazu benutzen, oder? Also, ich mach mal den Glückssägen und Fechsens Gunst können wir auch machen. Karma Punkt 3. Das regeneriert sich ja alles wieder fröhlich. Na ja, neun Silbertaler. Ja, aber wenigstens haben wir ihn bestohlen. Und jetzt verschwindet er und ist weg. Oder? Ja. Jetzt ist er weg. Ja, gut, dass wir... Ach, da hinten wird wieder rumgeschrien. Gut, dass wir sie noch beklaut haben. Das erfüllt mich mit ein bisschen Freude. Denn eigentlich hat er mehr verdient. Ich hätte ihn am liebsten tatsächlich getötet. Ich sag es so, wie es ist. Am liebsten hätte ich diesen Kerl einfach umgebracht. Genauso wie einige von den Leuten, die da standen und mitbieten wollten. Das ist einfach so eine Sache, wo ich mir denke... Äh, äh, ekelhaft. Na gut. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass wir jetzt in Nadoret eigentlich alles erledigt haben, oder? Habe ich jetzt irgendwas vergessen, irgendwas verpasst? Ich glaube nicht. Wir haben einen Nadoret... Halt! Eine Sache, ja. Die fällt mir gerade ein. Da müssen wir aber vor die Tore von Nadoret laufen. Wir sind auch, glaube ich, auf dem richtigen Weg dahin. Ich habe ja extra ganz viel Zunderschwamm mitgenommen. Und dann gucken wir mal, ob der Zunderschwamm mittlerweile ausreicht. Der arme Mann, der wird den ganzen Tag nur durch Nadoret gejagt. Und wir gucken einfach mal, ob der Zunderschwamm ausreicht. Wenn nicht, muss ich nochmal ein bisschen auf Suche gehen. Aber der ist jetzt ja auch nicht so schwer zu finden. Und da werden wir die restlichen... Weiß nicht, von 400 war mal die Rede. Aber ein bisschen was hatten wir auch schon abgegeben. Und ich glaube, die restlichen werden nicht mehr so schwer zu finden sein. Von daher ist das jetzt auch nicht so... So schlimm. Und dann... Ja, dann würde ich sagen, wir gehen nochmal nach Hammerberg. Sprechen nochmal mit dem Kiepenkerl. Dass wir den auch noch geheilt bekommen von seiner Einbärensucht. Ja, und dann... Dann machen wir uns auf den Weg nach Schloss Nadoret. Aber ich spe... Also, ich habe ja gesagt, ich speichere hier vorher. Weil eigentlich möchte ich ihm das gar nicht geben. Ja, gut, kann man schon machen. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht unbedingt... mit Alchemie so unbedingt verbandelt. Aber, hm. Ja, doch. Ich habe Zunderschwamm dabei. Na gut. Hier, 5 Heller pro Zunderschwamm. Boah. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich habe dir gerade fast 400 Zunderschwamm in die Hand gedrückt. Okay. Okay, ich möchte erstmal sammeln, bevor ich das dann jetzt abgebe. Weil ich dann gar nicht mehr weiß, wie viel wir abgegeben haben. Aber dann brauche er tatsächlich 400 und wir haben deutlich... Also, nicht deutlich weniger. Ich vermute mal, es fehlen vielleicht noch so 20, 30 Zunderschwamm. So um den Dreh. Das müsste es eigentlich sein. Und dann dürfte die Sache mit ihm auch durch sein. Dann sind wir in Nadoret halt noch nicht ganz fertig. Dann fehlt er noch. Aber dann haben wir Nadoret quasi hinter uns gelassen. Dann würde ich sagen, wir kümmern uns mal gerade um den Kiepenkerl. Denn die Voraussetzungen dafür habe ich ja jetzt auch schon gelernt. Beziehungsweise gelesen. In den Kommentaren. Alchemie und Heilkunde. Jetzt bin ich mir noch nicht sicher. Heilkunde, Gift, Heilkunde, Wunden. Und müssen beide Attribute bei dem gleichen Charakter vorkommen. Das wäre ein bisschen kompliziert, weil dann müsste ich das erstmal hochskillen. Was ich aber auch gewillt wäre zu tun. Einfach nur, um auch möglichst jede Sache, die wir hier machen können, mit abzuschließen. Ich habe mittlerweile auch herausgefunden, warum der Beilunker Reiter hier ist. Ich habe mal rumgefragt und gesagt, wie sieht es denn aus? Gibt der nicht irgendwie eine Quest oder so? Ah, schön euch wiederzusehen. Habt ihr Fragen? Nee. Aber dieser Beilunker Reiter hier, das ist offenbar, wenn man irgendwie die Promo-Gold-Deluxe-Edition hat, dann war da wohl noch ein Code mit dabei. Und wenn man diesen Code irgendwo eingegeben hat, dann hat man von dem Beilunker Reiter am Anfang des Spiels noch irgendwie einen Ring bekommen. Ich muss jetzt aber sagen, ich habe diese Edition nicht. Ich habe herausgefunden, wo man den... Also, man kann den Code mittlerweile einfach irgendwo im Forum angucken und dann kann man das immer holen. Aber ich habe diese Deluxe-Super-Sonder-Edition nicht. Ich habe nur das ganz normale Tragensang mit Philiassons-Saga. Insofern, kein Ring für uns. Ihr wollt... Was kann ich für euch tun? So, wo soll es hingehen? Es soll nach Hammerberg gehen. Habe ich noch... Habe ich im Jagdrevier irgendwas vergessen? Habe ich bei den Elfen irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So... Was ist? Übrigens, die Ulvine, die wir hier getroffen haben, äh, ich hatte Tragensang 1 gespielt, ja. Aber das ist unendlich viele Jahre her. Damals, als ich noch jung war, da habe ich Tragensang 1 gespielt. Aber wir werden sie ja wiedersehen, weil... Ja, also nicht unbedingt in Kürze, weil ich glaube schon, dass wir noch einiges vor uns haben. Aber hier nachfolgt ihr dann direkt Tragensang 1. Äh, aber wir werden sie wiedersehen. Und dann wissen wir ja direkt, dass die Niceback hier eine ganz alte, schrullige Schachtel ist. Festungstück, Sonderposten, alles muss raus. Zum Andenken an unseren Werten Girtasch. Ja, Girtasch ist tot. So, lieber Kiepenkerl. Ich glaube, ich habe sogar die Voraussetzungen erfüllt. Er hat Alchemy 13. Und er hat, ja gut, Heilkunde Gift, Heilkunde Wunden. Ich weiß halt nicht, muss es mit dem gleichen Charakter sein oder nicht? Das werden wir aber gleich rausfinden. Und wenn es mit dem gleichen Charakter sein muss, dann wird einfach unser guter Zauberlehrling hier unten nochmal Heilkunde Gift auf 10 hochbringen oder Heilkunde Wunden. Gift wird es wahrscheinlich eher sein. Kann ich irgendwie behilflich sein? Weißt du was dagegen, wenn ich dich was Persönliches frage? Ich bin eine offene Keeper für euch. Fragt bitte. Mhm. Warte, warte. Kann ich irgendwie... Ich bin eine offene Keeper für euch. Nochmal zu den Einbären. Ich liebe den Geschmack dieser Bären. Aber ich kann gerade nirgends welche bekommen. Aha. Ich glaube, du bist süchtig nach Einbären. Süchtig? Aber nicht doch. Ich nasche nur gerne. Das glaube ich wiederum nicht. Magst du eigentlich Einbärensaft? Und ob ich den mag? Ich liebe Einbärensaft noch mehr als Einbärenbären. Aber das Zeug ist einfach zu teuer. Die guten Einbärenbären. Das Zeug ist einfach zu teuer, aber... Kann ich irgendwie behilflich sein? Ich bin eine offene Keeper für... Habt ihr zufällig ein paar dabei? Und ob ich den mag? Ich liebe Einbärensaft noch mehr als Einbärenbär. Kann ich irgendwie behilflich sein? Okay. Okay. Ich glaube, dann müssen wir Heilkunde Gift... Also er hat zumindest schon mal rausgefunden, dass er süchtig danach ist. Sehr gute Jakon. Aber er hat kein Gegenmittel dazu finden können. Und Heilkunde Gift hat er gar nicht. Ich habe ja gespeichert. Gucken wir mal, ob das reicht, wenn er das hat. Nee, ich glaube, da muss ich noch was anderes machen. Ich will jetzt die Punkte auch nicht unbedingt rauswerfen bis zum Gehtnichtmehr. Dafür haben wir zu hart dafür gekämpft. Dann muss ich mal gucken. Vielleicht muss dann Jakon doch Heilkunde Gift dazu bekommen. Jetzt ist nur die Frage. Eventuell kann man das ja hier hinten bei der Dame schon lernen. Und da sind Einbären. Ich brauche dringend Einbären. Die kriege ich hier nur nicht. Zehn Meter hinter ihm wächst ein ganzer Strauch voll. Was willst du von mir? Ich möchte gerne etwas lernen. So, das sind die ganzen Fernkampffähigkeiten. Zauber. Ja, super. Doch, hier. Nee. Wildnisleben, Pflanzenkunde, Tierkunde, Klarumpurum. Leider nicht. Leider nicht. Wo kann ich denn jetzt Heilkunde Gift lernen? Doch nicht etwa irgendwo ganz so anders. Och, bitte. Ich will doch nur... Ich muss diesen Kiebenkerl heilen. Das gehört leider dazu. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen das tun. Der Mann ist süchtig. Wir müssen ihm helfen. Das ist unser Metier. Da bewegen wir uns. Ich könnte auch noch mal ein paar Sachen... Ja, das mache ich aber zwischen den Folgen. Das mit dem Inventar voll. Das ist mir jetzt irgendwie zu nervig. Ja, wisst ihr was? Ich mache mal einen ganz kurzen Abstecher. Gehe mal ganz schnell Heilkunde Gift lernen. Und dann sehen wir uns in zwei Sekunden wieder hier, oder? Ja, machen wir das so. Äh, bis gleich. So, und schon wieder zurück. Und ein bisschen Recherche und ganz viel hin und her laufen später. Habe ich herausgefunden, dass man den Kiebenkerl gar nicht heilen kann. Habe ich den Kommentar wieder so falsch gelesen? Ich habe ihn nur aus der Erinnerung gehabt. Und da meine ich, in Erinnerung gehabt zu haben, dass man ihn auch heilen kann. Aber tatsächlich ist es so, dass man ihn nur auf seine Sucht ansprechen kann. Und man dafür dann eben ein paar Abenteuerpunkte bekommt. Aber man kann die Sucht anscheinend nicht heilen. Womit ich mir zumindest dann erspart habe, dass wir nochmal Punkte ausgeben müssen für Heilkunde oder so. Ja, na gut. Was ich aber gemacht habe, ist, ich habe alle Ingredienzien zusammengesammelt, damit der gute Vorgrim endlich einmal die Krabbenarmschienen herstellen kann. Ja, Mensch. Es wurden hergestellt Krabbenarmschienen. Ich habe sogar theoretisch noch genug, wenn ich jetzt noch ein paar Sehnen kaufe, habe ich noch genug für zweite Krabbenarmschienen. 2-2. Sieht sehr martialisch aus, das muss man sagen. Und theoretisch könnten wir ja dann noch... Nee, die sind für beides. Die sind für Hände und... Oh, das ist doof. Ja, Körperkraft plus 1. Dann wären wir bei 22. 21. Ich muss gestehen, sie sind nett. Wir können sie wahrscheinlich verkaufen. Aber so richtig, so richtig überzeugt bin ich von den Krabbenarmschienen jetzt nicht. 5-5. Also für diesen einen Punkt Körperkraft, ich weiß es nicht. Also auch vom Aussehen her. Natürlich, der Punkt Körperkraft wäre wahrscheinlich besser als alles andere, was wir sonst machen könnten. Aber auch vom Aussehen her ist es mir eigentlich eher recht, wenn wir so bleiben, wie wir jetzt sind. Ich will so bleiben, wie ich bin. Total. Ja, Thema Werbung. Habe ich aber lange nicht mehr gehört. Gibt es das überhaupt noch? Gibt es diese Marke überhaupt noch? Ich weiß es gar nicht. Müsste ich mir mal kurz recherchieren. Na gut, dann bleibt uns nur noch eines übrig. Nämlich mit diesem Herren hier zu sprechen, damit wir uns aufmachen können nach Schloss Nadoret. Allerdings. Ja, muss ich nächste Folge auf jeden Fall. Die starten wir im Prinzip damit, dass wir dem Typen seinen Zunderschwamm geben. Ich habe jetzt leider nicht mehr so viel Zeit zum Aufnehmen, weil es schon relativ spät geworden ist und ich nur rennen muss und so weiter und so fort. Es ist immer wieder alles relativ hektisch, leider. Deswegen bitte nicht böse sein, dass die Folge so kurz ist. Aber wir haben jetzt im Prinzip dann nochmal alles erledigt, was wir erledigen mussten oder erledigen wollten. Wir haben mit dem Kiepenkerl gesprochen. Wir haben die Krabbenarmstien hergestellt und wir haben die Neckerin befreit. Damit haben wir, glaube ich, den Rest der Nebendinge, die man noch erledigen kann, erledigt. In unserem Questlogbuch steht nichts mehr, außer das hier, was nicht abgeschlossen werden kann. Der Eingang zum Schloss, die letzte Quest, die wir noch im Hauptspiel haben und Torwale am Großen Fluss. Die Quest, die uns faktisch ins DLC bringt. Ja, haben wir alles geschafft. Und wenn doch nicht, naja, dann muss ich eben nochmal von vorne anfangen. So, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss.